Was? Oh, ich kann nicht swappen. Okay. Hurt, 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 hurt. Hurt, genau. Hurt. Something is wrong with who I am. I can't see that dimension. Die haben irgendwas Schlimmes kaputt gemacht jetzt eben gerade. There is no point of polluting. It's too late for you now. Apologen, ja. Geil. You are sick, you will die. Oh, 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 oh. Unless... Ich muss hier raus. Oh, God. Incoming transmission detected. Broadcast location. Unknown vessel. This is rescue carbon 5-0-9-0. Responding to entrance request. Do you read? Uh, Sue, are you all on board? We're seeing some troubling readings here. Whatever you're exposed to, you're going to have to get off that station before we arrive. Or we're going to be ready, no bodies, ever. We'll be with you in approximately 13 hours, Theseus. That's one, three hours. Out. 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 Ich bin weg. Habe ich vielen? Oh, ich habe genau 124 Orbs. Yes. Yes. Oh oh. Was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Beziehungsweise, wer bin ich überhaupt? Was ist genau mit denen? Landing kompromisiert. Landing kompromisiert. Oh, war eine sehr angenehme Landung, wie es scheint. Die lost ones. They have rejoined the great chain, but somehow they are changed. Oh oh. Das macht die erste Tür, das macht die zweite Tür. Okay. Ich muss eben nochmal alle weg machen. Welche macht jetzt die vorderste Tür? Die macht die vorderste Tür. Dann macht die zweite Tür D. Das ist natürlich jetzt ein bisschen fail, weil die beide sterben werden, sobald ich da runtergehe. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich bräuchte noch einen mehr. Entschuldigung. Ich bräuchte noch einen mehr. Der macht die dritte Tür auf. Erste Tür. Der macht nur die vierte Tür. Der kann aber nach links gehen, solange er möchte. Wo ist denn die erste Tür? Da ist die erste Tür. Der ist die zweite Tür. Scheiße. Es geht nicht schnell genug auf. Es geht einfach nicht schnell genug auf. Ich könnte natürlich einfach die Zeit ein bisschen so nutzen, dass es genau passt. Oh, ist das wieder ein doofes Rätsel, ne? Ist das wieder ein blödes Rätsel. Das ist die erste Tür. Das ist die zweite Tür. Au. Okay. Ich weiß zumindest, was ich machen möchte. Aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Äh, das war jetzt dumm. Boah. Warum muss denn hier jetzt noch so ein schweres Rätsel sein? Ich bin doch kurz vorm Ende, ey. Au. Aber das gibt's doch nicht, ey. Was ist das denn für ein Rätsel? Ich gucke wieder mal. Diese vier Schalter-Rätsel, das sind immer die schwersten. So, da wieder einen drauf. Aua. Da habe ich mich gerade erschreckt. Scheiße, ey. Das gibt's doch nicht. Aber ich kriege die auch nicht festgesetzt, ne? Ah, was können wir tun? Wir könnten höchstens, aber das, das hier ist die dritte Plattform, ne? Wir könnten höchstens nur mit zwei arbeiten. Moment. Erste und zweite Plattform. Aua. Nochmal. Ähm. Dum 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 dum. Erste Plattform. Zweite Plattform. Zweite Plattform. Autsch, da bin ich zu weit gelaufen, das war schlau. Erste Plattform. Zweite Plattform. Da kriege ich jetzt gar keinen mehr hin, ne? Das ist natürlich so ein bisschen scheiße. Boah, Leute, ne? Ich werde wahnsinnig bei solchen Rätseln. Wirklich wahnsinnig. Mal sehen. Was könnte ich denn noch machen? Ich habe hier alle vier Türen. Ich habe hier vier Schalter. Und ich habe noch einen fünften. Hehe. Äh, ja. Ne? Leute. Wenn Dummheit wehtun würde, würde ich jetzt gerade schreien. Aber ich spiele auch schon zu lange. Ich spiele jetzt hier schon anderthalb Stunden. Ich würde sagen, das waren unsere drei Freunde. The choice is the same as before. You can die hier. Or you can do what you have to go on. Das ist Rescue Charter 509 Alpha responding to SOS Request. Standby für Risk Analysis. Ja. 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 Sagt's. Ja. Ich bleibe alle Rätsel. Und zurück zum Schiff. Auf! Ich bin zufrieden. Ups. Jetzt habe ich natürlich direkt geswappt. Äh, ich hätte, glaube ich, auch ein gutes Ende nehmen können. Scheiße, äh, da war ich ein bisschen übereilig. Es tut mir leid. Base, ich sehe... Das ist confirmed. Sie hat gerade gespielt. Repeat, subject no longer in range. No life-science detected. Markus, was ist passiert? Dammit. Das ist die dritte Kasselung dieses Monat. Markus, debrief. Er sieht nicht selbst. Wie kannst du sagen? Würdest du ihn aufhören? Sieht wie Markus, zu mir. Reading sind besser als wir gedacht haben. Computer ist uns aus hier raus. Ja, ich würde sagen, da hätte ich vielleicht ein anderes Ende wählen können. Eins, das mir ein besseres Gefühl hätte geben können. Äh, vielleicht kann ich aber auch gleich den Checkpoint wieder laden. Warte mal. Kann ich den letzten Checkpoint laden? Nee, schade, leider nicht. Ich werde mal nachgucken, ob das, äh, ob es noch ein anderes Ende gibt. Wenn es eins gibt, dann hänge ich das ran. Wenn es keins gibt, äh, dann nicht. Logisch, ne? Also, wenn es eins gibt, dann kommt das jetzt danach und, ne? Dann rede ich auch nochmal. Und wenn nicht, dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Projekt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020